Hallo und herzlich willkommen von MoMA Adventure. Meine Reise geht jetzt weiter, leider momentan allein. Mein Weibahnsitz ist leer, weil Sandra hat es leider nicht geschafft. Sie wird dann nachfliegen, so hoffe ich, so ist es geplant. Und ja, jetzt bin ich alleine unterwegs, momentan von Nürnberg abgefahren. Jetzt geht es dann Richtung Österreich. In Regensburg ist noch ein Stau. Vielleicht komme ich da noch, ja, ein bisschen warten vielleicht. Um 9 Uhr sollte der aufgelöst sein. Also ich bin früh unterwegs und habe eine ziemlich weite Strecke vor mir. Ich muss innerhalb von knapp neun Tagen 3000 und mehr Kilometer hinterlegen, um bis nach Trabzon zu kommen, weil ich da abgemacht habe mit meinem Sohn. Also, jetzt nehme ich euch mit auf diese Reise in den Balkan rüber. Ja, zu dieser Zeit wusste ich noch nichts mit meinem Mautmalheur in Ungarn, was da auf mich zukommt. Ich bin ja schon ein paar Mal durch Umgang gereist und ich dachte, ja, ist alles so wie immer. Aber dann habe ich eben erfahren, dass es da neue Regeln, neue Gesetze gibt. Und ja, zum Glück habe ich es vorher gemerkt, aber was genau passiert ist, erfährt ich dann ein bisschen später im Video. Ich bin jetzt bereits nach Passau an der Donau. Ich fahre an der Donau entlang und zwar mautfrei immer durch Österreich, auch durch Linz und ja, dann immer weiter in den Osten. Wunderschön ist es hier an der Donau und ein Wahnsinnsfluss. Ich fahre weiter an der Donau entlang und es ist eigentlich wunderschön und geht auch gut, das Ganze mautfrei, weil ich keine Lust habe, auf diese Asfinac reinzufallen. Ja, deswegen fahre ich da. Dauert ein bisschen länger, aber ich schaffe es, glaube ich, in einem Tag durch Österreich zu fahren. Also eigentlich eine schöne Strecke entlang der Donau ist natürlich nicht immer so schön, aber ja, es passt. Übrigens Tankend Diesel habe ich immer noch von der Westsahara drin. Ich überfahre eigentlich Frankreich, Deutschland, Österreich und mal schauen, in Ungarn tanke ich vermutlich ein bisschen nach, weil dann kommt Serbien, da ist es auch nicht günstig. Ja, und dann fährt dann irgendwann Bulgarien, da kann man auch tanken oder dann spätestens Türkei. Ach, ist das schön, ne? Bei Ips bin ich über die Brücken, jetzt das Ganze von der anderen Seite her mit ein bisschen Gegenverkehr. Heute war ein langer Tag, ich glaube elf Stunden, dann war ich unterwegs mit Pause natürlich und ihr seht, ich bin jetzt gleich vor der Grenze Ungarn. Ich bin schon rüber gefahren, hier war der eiserne Vorhang, eine Gedenktafel, da die Grüne erinnert daran. Wahnsinnszeiten, ich habe ja das noch miterlebt. Damals war ich noch jung, ja, jetzt bin ich in Ungarn und suche mir einen Platz zum Übernachten. Neuer Morgen, das war eine strenge Nacht, ich kann es euch sagen. Gestern wollte ich noch die Maut lösen, wie immer die D2, wird zwar noch Angebote bei einigen Anbietern und dann wollte ich das Fass buchen und dann hat er noch eine Gebühr drauf geschlagen, dann bin ich nochmal gucken gegangen und dann bin ich auf eine ungarische Seite gekommen und da gibt es ein neues Gesetz. Ab 2024 sind auch die Wohnmobile über dreieinhalb Tonnen mit Schwerverkehrsmaut irgendwie pflichtig. Da muss man dann über eine ungarische Seite anmelden und da steht, dass man auch Streckenabschnitte kaufen kann. Dann habe ich das versucht und mich angemeldet, aber ich kam in diesem Menü nicht weiter, um dann meine Strecke, die ich fahren wollte, zu bezahlen. Ich konnte zwar ausrechnen einen Kalkulator, was es kostet und es ist sauteuer, 90 Euro, um durchs Land zu reisen. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, scheisse, okay, Tankstellen jetzt, ich muss an eine Tankstelle fahren, dann bin ich an eine Tankstelle gefahren, aber die Maut freie Strecke, also hintenrum, katastrophale Strassen, weil jetzt sind auch die Landstrassen sind jetzt auch meintpflichtig, also nicht nur die Autobahnen, sondern eigentlich alle grossen Landstrassen, die Hauptverbindungsstrassen eigentlich. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Maut zu lösen. Und dann die erste Tankstelle hatte zu, dann bin ich weitergefahren und dann kam eine Tankstelle um 12 Uhr abends, die hatte noch offen. Und da hat mir dann das Fröhlein erklärt, dass es da einen Automaten gibt. Ja, da musste ich das dreimal machen, alle Daten eingeben, die wollen alles wissen. Und dann hatte ich wieder kein Internet, weil das Internet im Wohnmobil ist. Weil die haben mir ein SMS geschickt zum Bezahlen, bestätigen, ging nicht. Ja, dann schlussendlich musst du jetzt so einen QR-Code scannen zum Bezahlen, alles ein bisschen hochkomplex. Ja, im dritten, vierten Versuch habe ich es dann geschafft, mein Ticket gelöst. Jetzt habe ich aber eine Planänderung. Ich fahre jetzt nach Kroatien runter und dann links rüber nach Serbien rein, weil sonst hätte ich alles umfahren müssen über Gijør und Budapest. Das hätte mich eben fast 100 Euro gekostet. Jetzt habe ich 30 Euro bezahlt für 180 Kilometer. Also es ist wahnsinnig teuer geworden und auch ein bisschen kompliziert. Leider. Aber für alle, die noch unter dreieinhalb Tonnen sind, euch betrifft es nicht. Ihr könnt nach wie vor die D1 oder meistens eben die D2 kaufen. Ich glaube Camper gehen unter D2 und dann könnt ihr Autobahn fahren. Ja, aber wir sind jetzt halt betroffen. Also das ist vielleicht die Rache an die EU, keine Ahnung. Aber es ist ziemlich beschissen jetzt für uns, um das Land zu durchqueren. Jetzt wird es sautoi. Also muss man sich überlegen. Nachdem man das gelöst hat, muss man sich ganz genau an die Strecke halten. Da steht dann alles hier drauf, welche M-Straßen und wie die heissen. Du darfst auf keinen Fall runter, ausser es ist eine Maugfrau hier stricken. Aber das sind nur so die kleinen Strecke, nur in die Dörfer rein. Und ich habe gehört, die machen da wirklich scharfe Kontrollen. Ja, die müssen wieder ein bisschen Geld haben, weil sie kriegen jetzt glaube ich wenige von der EU. Weil ihnen die Politik nicht passt der EU, die die Umgang machen. Ja, so ist das. Die Mächtigen machen immer Druck auf die Kleinen. Kennen wir ja. Also ich bin jetzt auf einer Landstrasse, auf der 84 genau. Und ich habe gesehen, da oben sind Kameras, die registrieren. Also es ist unmöglich hier mautfrei durchzuwarten durch dieses Land. Weil die kommen immer wieder, diese Kameras. Naja, jetzt komme ich da in Ungarn mal in der Gegend, wo ich noch nie war. Ganz einfache Dörfer. Jetzt habe ich eine nicht mautpflichtige Strasse erwischt. Und die ist also katastrophal. Da würde ich niemandem empfehlen durchzufahren. Ich fahre Richtung, wie heisst das? Bex, glaube ich. Nach Kroatien runter. Also die Strassen hier sind eine Katastrophe. Ja, der Navi führt mich halt durch. Es ist schwierig, genau die Route, die das Mautsystem einem sagt, wirklich zu finden. Ich habe es versucht. Jetzt habe ich da eine falsche Wiste. Ich komme dann wieder auf die andere. Jetzt muss ich so fahren. Jetzt bin ich wieder auf einer Mautstrecke. Müsst ihr euch vorstellen. Diese schlechte Strasse ist mautpflichtig. Ich hoffe, sie sanieren sie wenigstens mit dem Geld. Aber es hoppelt und tut. Krass. Ich habe 30 Euro bezahlt für 170 Kilometer. Schlechte Strasse. So, nach 3 Stunden Fahrt habe ich die Grenze erreicht nach Kroatien. Endlich auf schlechten Strassen. Die Häuser sehen ziemlich gleich aus. Aber die Strasse ist ein Traum. Die ist gut. Ja, Ungarn hat ziemlich schlechte Strassen. Zumindest neben Strassen. Jetzt habe ich schnell eine kurze Mittagspause Schlaf gemacht. Und jetzt fahre ich weiter. Und die Strasse in Kroatien ist einfach auch hier viel, viel besser. Das ist der europäische Standard. Jetzt bin ich auf der kroatischen Autobahn und fahre so nach Serbien rüber. Und ich bin fast der einzige. Also die Leute sind alle vermutlich in Deutschland oder Österreich oder Schweiz am Arbeiten. Jetzt bin ich an der Grenze zu Serbien von Kroatien her. Drei Länder in einem Tag gestreift. Aber da fahre ich jetzt nur rüber und dann suche ich mir einen Platz. Das war jetzt die kroatische Grenze. Jetzt kommt der serbische da vorne. Und ihr seht, da gibt es viel mehr Insekten. Die ganze Scheibe ist voll wie früher auch bei uns vor 40 Jahren. Aber das ist längst vorbei. So, ich bin drin. Die Serben sind relativ nett. Und gleich da vorne rechts habe ich einen Fluss gesehen und suche. Mal gucken. Ich finde da sicher einen Platz. Ja, gar nicht so einfach einen Platz zu finden. Da ist der Fluss. Leider hat es keinen Platz gehabt. Ich bin da, wo ich dachte. Mal schauen, vielleicht irgendwo im Dorf. Über sieben Brücken muss man gehen. Und ich glaube da hinten rechts, da habe ich einen Schlafplatz. Ach, ist das schön. Da sind noch richtig schöne Naturflüsse. So, ich habe einen super Platz gefunden und esse Raclette. Ich habe da einen Nachbarn. Das ist ein Fischer. Und hier ist ein Glas Wein wieder einmal. Und hier ist der Fluss. Wunderschön. Das ist der mit dem Wohnwagen. Der geht jetzt fischen. Und da hat es noch andere Fischer. Die stören mich nicht. Wunderschön. Und in Serbien kann man einfach überall stehen. Du kannst den Wohnwagen hinstellen. Die sagen nichts. Ja, die Serben sind nett, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade einen Cola gekriegt. Ich habe Cola extrem gern. Habe aber ein halbes Jahr keins mehr getrunken, weil ich damit aufgehört habe. Aber das gönne ich mir jetzt wieder mal. Ab und zu eins schadet nicht. Dauernd schadet natürlich. Aber das geht um. Ich habe hier eine gute Zeit genommen. Nichts setzen. Ich muss fischen. Ich kiffe dich auf dieăng所以 Sie. Ich bin einfallen. Das geht schon mal. Ich habe hier in der Asile. Angen. Ich nehme dich an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe Wasser und da hat es doch genügend Platz. Ach, ist das wieder schön hier. Und man kann einfach überall sich hinstellen. Kein Problem. Ich habe hier auch keinen einzigen oder vielleicht einen Camping-Auto gesehen, ein Camping-Car, sonst gar nicht. Und da vorne kommt uns gleich ein Hirtenhund besuchen. Da ist nämlich eine Schafsherde. Aber ich sehe da kein Problem. Wir sind auf Abstand und der kam zu uns und jetzt sagt man Hallo. Wunderbar. 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 Also Serbien ist wunderschön. Die Leute sind nett. Es gibt auch viele, die Deutsch können, weil die sind ja bei uns am Arbeiten. Ja, aber ich habe leider nicht allzu viel Zeit. Ich bin jetzt zwei Nächte nur in Serbien geblieben. Morgen geht es dann weiter durch Bulgarien. Da bleibe ich auch nicht lange dann in die Türkei vorerst mal und dann geniesse ich es noch ein bisschen länger in der Türkei und Ende des Monats geht es dann rüber nach Georgien und Anfang Mai dann nach Russland rüber. Da freue ich mich schon und später dann Kasachstan und so weiter. Ja, okay, schön wart ihr dabei und ja, ihr hört wieder von mir und ansonsten Instagram da gibt es ab und zu jetzt wieder mal ein bisschen mehr Infos, Fotos, wo ich gerade übernachte und so weiter oder eben Polar Steps, da seht ihr genau meine Route. Ja, genau, also wie immer macht den Daumen hoch, empfehlt mich weiter, wenn es euch gefällt und wir hören uns und tschüss.